Der Arbeitskreis Assessment Center ist ein Zusammenschluss von Experten im Bereich Personal. Wir kümmern uns um den Austausch zwischen Praxis und Wissenschaft zu den Themen der Personalauswahl und Entwicklung. Der Arbeitskreis wurde 1977 gegründet. Der Anlass war damals, dass man sich unternehmensübergreifend über das Thema Personalauswahl, insbesondere Assessment Center, austauschen wollte und neue Erkenntnisse in die Unternehmen bringen wollte. Aus dem Kernthema Assessment Center sind viele, viele neue Themen und weitere Themen entwickelt worden. Der Arbeitskreis bearbeitet die breite Landschaft der EHA-Themen, die wir auch in den Unternehmen, Organisationen und Universitäten erleben. Also von Einführung von PE-Systemen, Auswahlverfahren, Talentmanagement, Kompetenzmodellsysteme. Die gesamte Bandbreite der Personalauswahl und Entwicklung spielt hier eine Rolle.